Hallo, mein Name ist Henrik Werner, Direktkandidat von Bündnis 90 Die Grünen im Wahlkreis Giffhorn-Peine. Und hier lebe ich ganz nahe der wunderschönen Oka mit meinem Ehemann Sebastian und unserem Hund Milo. Ich habe Informatik und Wirtschaft studiert, sieben Jahre bei einem Ingenieursdienstleister gearbeitet und arbeite nun bei Volkswagen in der Forschung im Bereich künstlicher Intelligenz. Und Forschung ist auch mein Stichwort, denn wir wissen, dass eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Alles ist mit allem verbunden. Wir verlieren kritische Bestandteile des Erdsystems und nicht nur niedliche Dinge zum Anschauen. Lasst uns denen eine Stimme verschaffen, die nicht gehört werden. Pflegekräften, die über ihre Belastungsgrenzen hinausgehen, Tieren, die selbst gar keine Stimme haben, oder Menschen, die von Diskriminierung oder Ausgrenzung getroffen sind. Die Klimakrise und das Artensterben erlauben uns keinen zeitlichen Aufschub mehr. Ich möchte eine Politik, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen vorausschauend und präventiv handelt und nicht erst dann reagiert, wenn der öffentliche Aufschrei groß genug ist. Lasst uns eine sozial-ökologische Transformation wagen. Hin zu einer grünen Wirtschaft, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet. Denn wir wünschen uns eine Gesellschaft, die so bunt ist wie die Natur selbst und in der alle die gleichen Chancen haben. Weil Diversität eine Bereicherung und Stärke für jede Gesellschaft ist. Weil Vielfalt unsere grüne DNA ist. Wir stehen an der Seite der queeren Community in Polen, in Europa und weltweit und schweigen nicht, wenn gegenläufige Entwicklungen erkennbar werden. Für uns zählt der angeborene Wert eines jeden Lebewesens. Tiere sind denkende und fühlende Lebewesen und keine Rohstofflieferanten. Gemeinsam mit den LandwirtInnen sorgen wir für eine andere Form der Landwirtschaft. Falsche Zielsetzungen der FDP, SPD und Union haben das Höfesterben immer weiter befeuert. Es gilt die Logik, wachse oder weiche. Zusammen mit den LandwirtInnen durchbrechen wir die Abwärtsspirale, beenden die Fehlpolitik, kämpfen gegen ruinöse Preise und dafür, dass sich echte Qualitätsleistungen auch wieder lohnen. Lasst uns gemeinsam für eine gute Zukunft kämpfen. Für die Bundestagswahl bitte ich um euer Vertrauen. Euer Henrik Werner. Ich bin ein, 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 ich Vielen Dank.